ganz genau und wir freuen uns mal wieder dass wir für sie dieses spiel hier kommentieren dürfen wir sehen zwei gute teams und dann hoffentlich auch guten fußball so die fans im stadion sind bereits los geht's freuen wir uns auf eine spannende begegnung das ist markena da gedacht war es gut aber die flanke kommt nicht durch das ist selber so gute flankenmöglichkeit jetzt na so sich der ball zurück da steht sich der zeitgleich an dass er das nicht durchgehen lassen will zeitlich abgegrätscht das ist vergesen bakarys anja bankgeberie jetzt am ball jetzt noch mal und er ist sich mit selbst für flanken und hereingaben so dafür bekommt der gefolge spieler einen freistoß zugesprochen und olivo hier sehen wir agar und sebastian hat er gut gemacht oder hatte gut gemacht und das ist auch das was der trainer immer wieder vor dem fordert der ball verlierst du den schnell wieder ja ich würde mal sagen mit vollem einsatz der abwehrspieler michael mal im haus hat ein einwurf zur folge mascherano und jetzt förgissen bakarys anja ball im tor aus abstoß silva schiedsrichter gibt vorteil da kommt die flanke ja nur kein risiko eingehen bellamy trockbar muss natürlich freistoß geben und genauso hat der schiedsrichter entschieden ja schön das ist angelland sonja vergesen und da kommt die flanke auf den langen forst überhaupt kein problem für den tor achten wir auf angelland bakarys anja das ist von grieberi das ist vergiss und trockbar fletscher im ball besitzt das war eine klasse chance und der keeper ganz sicher und jetzt dürfen die anderen wieder dank über die jetzt am ball der ball hat silva kola rauf das ist aga mickel er kommt zwar in der ball an kann ihn aber nicht kontrollieren fletscher im ball das ist jetzt eine chance da ist es das tor die heimatschaft geht in führung wählen start der torwart aber verlagen ja vor allem ist er dann ganz gut wir blieben warte bis zur letzten sekunde und bringt ihn dann im tor unter anstatt einfach nur drauf zu halten der erste treffer das einst so mit das ist silva aga mickel ja da war keiner der kollegen in der lage diesen pass zu verarbeiten fletscher klare sache freistoß und weg ist der ball silva ja das war eine abseits position aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den ball kommen das ist ein angriff versuch der schon im ansatz stecken bleibt kola rauf und zu leben und jetzt was macht er jetzt ja das könnte was werden ja da steckt er die flanke genau auf den verteidiger schiele spielt da und freiwillig mit und jetzt vergessen ja er hat ihn gestört aber den ball hat er nicht bekommen und du liebe der ball hat silva und den ball hat berbertov unterschiedlich der kennt hier auf freistoß ich glaube das ist da unten jetzt eine ganz klare ansprache das glaube ich auch als der spieler guckt ja auch schon ganz entschuldigend fast also er weiß auch da hat er glück dass er keine karte bekommt und direkt auf den verteidiger gespielt und du lieber mickel und berbertov und klasse wie er sich die flanken ball darunter holt da der ball ist im haus es gibt abstoß sauberer pass und weg ist der ball ganz starke aktion vom abwehrspieler mascherano fletscher im ball besitzt jetzt noch mal weit schuss mit optimismus ja da stand ihm der ball vom fuß abgerutscht zu sein und das ist jetzt die möglichkeit ja das war gar nicht so einfach für den keeper oder absolut nicht hat er richtig gut gemacht so im letzten moment ist er noch da und schnappt sich den ball gutes stellungsspiel hinten in der abwehr auch bei diesem flankenball aber über die linie das gibt eckball bellamy und so eine flanke könnten wir jetzt gut gebrauchen so was nennt man saubere abwehr arbeit gut das ist für wissen mascherano fletscher am ball das hat er gut gemacht wie er sich da durchgesetzt hat gegen den verteidiger und und guck mal der kapitän geht mit gutem beispiel voran na er zielt den treffer hier und seine mannschaftskameraden feiern natürlich das ist silber na so will der trainer das sehen von grieberie und jetzt vergessen grieberie und olivo das war eine tolle ball staffette so daraus könnte was werden so jetzt noch eine gute flanke nimmt ihn mit dem kopf und er geht rein so das war schon sein zweiter streich heute und wir sind gespannt ob er heute noch mal zuschlagen kann ein fantastischer abschluss und die fans sind ganz aus dem häuschen zurecht ein tolles kopfball das ist jetzt aber schon eine komfortable führung und du liebe kohler kohler jetzt zeigt sich bei barter ja dann haben sie sich durchgesetzt und sie erkämpfen sich den ball zurück und da war aber nicht weit weg vom tor dafür war der ball ganz weit weg und dann haben sie einen eigenen fehler irgendwie wieder ausgebildet ja das wollte aber auch das hat man gesehen ganz dynamisch nochmal nachgesetzt und sich den ball zurück flanke abgewährt hat er ihn aber nur zunächst los weg hier und du lieber ja und sie haben es gesehen flanke bringt keine gefahr wurde abgefangen der ball kommt gut aber hohen bellen macht er einen ganz sicheren eindruck der baller ziel war hat er richtig gut gemacht der ball kommt von der außenposition rein bellamy beistoß fletcher im ballbesitz berber toffer den ball mickl und das gibt da einwurf für die mannschaft aus los englis und olivo das könnte gefährlich werden davon hier oben da kannst du es ein bisschen besser beurteilen als runden auf dem spielfeld also für mich war es kein abseits die gefahr hat sich erst mal erledigt da einige spieler ans fans gesehen reklamieren auf eckball aber das ist schon in ordnung mit dem einwurf mit dem flanken bellen kommen sie bislang ganz gut zurecht die erste hälfte abgeführt du warst ja doch sehr hast du glaubt dass das heute so einseitig laufen würde also das tore fallen haben wir sicherlich gehofft aber das ist immer nur in eine richtung geht das überraschende so der schützt sich da die zweite halbzeit angepfiffen das ist bislang relativ einseitige sache schauen wir mal ob das so bleibt das ist frank ribery ja das gibt einwurf fletscher am ball er kommt an den ball kann ihn aber nicht kontrollieren das ist selber hier sehen wir agar und olivo das schiedsrichter signalisiert weiter geht's er hat den ball sich wieder wohl gut gemacht klasse pass in die spitze ja und sie haben sich den ball zurück erkämpft folgen da wäre fast aus dem gleichgewicht geraten er bleibt auf den beinen einzeln das muss einwurf geben fletscher herrlich eingezogen da ging ziemlich schnell da ist er wieder der ball dann über hier zum ball und bitteschön einwurf geht's und die lebe ja ziemlich hoch gespielt der ball aber der kommt an und sowas wird man straff von berg mickel ball kommt von außen 16 ja warum unnötig risiko gehen in dieser situation dann nimmt man lieber einen einwurf in kauf und mit dem kopf hat das gemacht sie was ja war da mehr drin ja da war mehr drin kopfballtechnik vielleicht noch ein wenig verbesserungswürdig wenn er den ein bisschen drückt dann ist der ball im letzten da gutes timing bei diesem hohen ball das muss man ihm lassen ja weg ist er Bellamy einzeln Bellamy jetzt noch mal wie berit das ist vergesen ja der ball und das hat er gut gemacht wie er den ball da weg faustet mickel einzeln Bellamy und jetzt spielen sie die abwehr schwindelig er musste aber auch den ball ins ausspielen das ist bei barthof am ball macht kena Bellamy und der angreifer hat in dieser situation das bessere ende für sich errscht sich da zeigt dann weiter er müsste jetzt flanken bei dem seitenhaus es gibt ein wurf für den gegner entscheidet auf ein wurf und trainer wechselt jetzt noch mal neun mann ein aber das geht wohl eher dazu die führung hier über die zeit zu bringen und der ball fliegt in den strafraum klasse abwehrarbeit gutes stellungsspiel und den schuss abgeblockt bei dem seitenhaus ein wurf so mein liebermann das sieht man nicht alle tage der trainer bringt drei neue spieler auf einmal und das macht richtig gut fletscher im ball besitzt und der verteidiger stand genau in der schussbahn fälscht den ball ab was gerade noch und so unterbindet man das angriffsspiel des gegners und jetzt vergessen und da kommt die flanke mit viel effekt und es ist ja wichtig sich die chancen herauszuspielen auch wenn man sie nicht immer nutzt ja nicht immer aber zweimal hat das schon getroffen und ich setze mal heute auf den dreierpack von ihm ja schön podolski da hat er sich ein bisschen unter druck setzen lassen den ball deswegen ins ausgespielt und du lieber das ist lukas podolski und den ball hat berbertov ja und sie versuchen jetzt über die außenposition druck zu machen sie war da kommt die flanke dort sebastian den ball wird er gerne noch mal bekommen ja den wird aber nicht noch mal bekommen eine riesen chance lässt er da liegen und mit den fingerspitzen war er noch dran jeder legt sich den ball zum eckstoß bereit torwart lauert im fünf-meter-raum es gibt eckball jetzt aber ja es kann nicht immer alles klappen ja guter pass wie bry ein gutes tackling auf der außenposition war dem aus hat ein einwurf zur folge und rockbar das ist von kreberi ball hat silber und erst mal raus aus der gefahrenzone und leichtfertiger ballverlust markena mascherano also obere gerätsche das muss man ihm lassen souveräne leistung des verteidigers das gibt einwurf für la galaxy flätscher am ball michael vergesen er ist vorbei so ein gelöst diese situation vom abwehrspieler und olivo michael und berbatov und achtung vor sell nicht genau genug geflankt die abwehr ist da und olivo hier zeigt sich berbatov super fußball tolle kombinationen aber der abschluss muss halt auch passen ja sitzt irgendwie noch nicht so richtig heute aber immerhin sie spielen sich die möglichkeiten raus hat der trainer was zu arbeiten der trainer kann eigentlich zufrieden sein aber vielleicht hilft der neue mann jetzt dabei die führung zu verteidigen und olivo und weg ist der ball das ist vergesen mascherano das ist markena klasse pass schön gespielt naja sie holt sich den ball zurück und jetzt vergessen mascherano ja das war ein immens wichtiger zweikampf den er gewonnen hat gute offensiv aktion ja so holt er den freistoß raus und er versucht mit dem kopf da hat nicht viel gefehlt oder ganz knapp ganz knapp über die latte trotzdem guter kopf mal das ist agger klare sache einwurf das ist silber das ist von selbe freistoß das könnte vielleicht schon die letzte chance sein der sah gefährlich aus gut dass da noch ein abwehrspieler dazwischen war ich kann mich ehrlich gesagt liebe zuschauer nicht daran erinnern dass der torwart in dieser saison schon mal so einen ruhigen tag hatte du ne tom aber der hätte sich sicherlich gewünscht dass er sich mal auszeichnen kann aber das war ja wirklich heute ein freier tag für den tollen der hat keinen mannschaftskameraden eine chance an diesem ball heranzukommen und lukas pudolski torwart darf jetzt abstoßen der ist ja gut dazwischen gegangen hat den angriff unterbunden ireland am ball einzeln noch eine minute zu spielen ja relativ einseitig die angelegenheit heute muss man sagen und jetzt warten im prinzip beide eigentlich nur noch auf den schuss pfiff ball rollt gut durch die eigenen reihen jetzt suchen sie die lücke oder der spieler behält die ruhe die übersicht bei diesem zweikampf das gibt ein wort also was nämlich mal eine unorthodoxe auswechslung jetzt bringt er noch einen stürmer also das ist schon sehr riskant sie führen ja super gespielt gut jetzt kommt die flanke nach innen achtung kopfball und der erbwehrspieler bereinigt die situation allerdings auf kosten eines einwurfs sie war berber topf hat den ball und olivo ein sehr guter pass ja das war aber keine gute flanke klar ist voll freistoß island und da gibt es kein vorbei kein durchkommen in dieser situation 1 und souveränes torwartspiel in dieser situation das war eine klare angelegenheit 3 zu 0 ich bin richtig beeindruckt von dem spiel das wir hier zu sehen bekommen haben da war alles drin wie siehst du sebastian